Für welche Renten gilt die Rentenerhöhung 2023 nicht? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Um das Thema Rentenerhöhung 2023 ranken sich viele Mythen und auch Fragen. Und wie fast schon zu erwarten auch wieder eine Frage zum Thema, welche Renten werden denn eigentlich nicht von der Rentenerhöhung 2023 erfasst? Und das ist relativ einfach zu beantworten. Grundsätzlich werden von der Rentenerhöhung 2023 nur die gesetzlichen Renten des SGB VI, also die Altersrente, die Erwerbsminderungsrente, die Hinterbliebenenrente erfasst. Dann als viertes die gesetzliche Unfallrente oder Verletztenrente genannt nach dem SGB VII. Und last but not least als fünftes die Renten der Landwirte. Die werden von der gesetzlichen Rentenerhöhung 2023 erfasst. Nicht erfasst werden aber die Betriebsrenten, die privaten Renten, die ich als Privatier von der Allianzversicherung zum Beispiel bekomme. Die Riester-Rente, die Rürup-Rente der Selbstständigen, Lebensversicherungsrenten, Kapitalauszahlungen und so weiter. Renten aus berufsständischen Versorgungswerken gehören auch nicht mit dazu. Das sind alles keine gesetzlichen Renten, die die Rentenwerterhöhung zum 01.07.2023 erfasst. Damit ist klar, dass diese von mir zuletzt genannten Rentenleistungen aus privaten Renten und Betriebsrenten und Versorgungswerken nicht zum 01.07.2023 angepasst werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.